Hallo meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich auf dieses Video heute ganz besonders, denn heute gibt es wieder einen XL-Hall beziehungsweise einen Live-Test mit neuen Produkten aus dem Bereich Naturkosmetik. Und wenn ihr mir aufmerksam auf Instagram folgt, dann wisst ihr, dass ich sehr, sehr oft im Gerber in Stuttgart bin. Das Gerber ist ein Stadtkaufhaus und ich bin da so gerne, weil es da ein sehr gutes Kaffee gibt. Das nennt sich Pano, wo ich sehr gerne frühstücke. Und es gibt im Gerber auch viele Geschäfte, die es sonst auf der Königstraße und im Milaneo auch nicht gibt. Das Milaneo ist ja auch ein Einkaufszentrum. Zum Beispiel gibt es da Urban Outfitters, dann gibt es Brandy Melville. Es gibt so kleine Geschäfte wie zum Beispiel American Heritage, wo ich immer meine Kringle Candles kaufe, die es ja sonst in Stuttgart nicht wirklich gibt. Der H&M, der im Gerber ist, ist der einzige H&M in ganz Stuttgart, der eben die dekorative Kosmetik von H&M führt, wo man sich alle Produkte direkt anschauen kann. Deswegen bin ich sehr gerne im Gerber. Ich mag das Flair dort. Deswegen fand ich es richtig cool, als das Gerber auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, hey, hast du nicht Bock, vegane Kosmetik und Naturkosmetik von Thalea und Thalea Goes Vegan auszuprobieren? Es gibt zwei Geschäfte von Thalea. Einmal den Thalea Goes Vegan. Die liegen sich beide gegenüber auf dem selben Stockwerk. Und Thalea Goes Vegan bietet eben nur vegane Produkte an. Also nicht nur dekorative Kosmetik, sondern auch im Food-Bereich haben sie ganz viel anzubieten. Also ich finde, war das super interessant, da sich ein bisschen durchzustöbern. Und dann gibt es gegenüberliegend noch den anderen Shop, wo es eben nur Naturkosmetikprodukte gibt. Und in Bayern war ich unterwegs und habe ganz viele interessante Produkte für euch mitgenommen, die ich jetzt live vor der Kamera ausprobieren werde. Und euch einfach ein bisschen, ja, die Naturkosmetik näher bringen möchte, weil es da auch einfach Produkte gibt, die so ein bisschen vernachlässigt werden, die nicht so mega Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Ich versuche mich in diesem Video wirklich kurz zu fassen, damit es nicht so lange wird, die Betongelieft auch versuchen. Ich kann nichts versprechen, ich labere hier immer sehr, sehr viel. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da habe ich noch was Cooles für euch und auch ein Gewinnspiel. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, ich habe jetzt meine Haare erstmal ein bisschen zurückgemacht, einfach, dass die mich beim Schminken nicht stören und dass ich meine Haare einfach nicht mit Foundation voll schmiere. Ich habe auch noch keine Gesichtspflege aufgetragen und auch keine Augenpflege, denn ich habe im Bereich Hauptpflege auch ein paar neue Produkte geshoppt. Ich werde die neuen Produkte jetzt das erste Mal auf meiner Haut anwenden und ausprobieren. Sprich, ich kann euch keine ausführliche Review geben, aber ich denke so, der erste Eindruck ist eigentlich immer schon ausschlaggebend und sagt auch schon sehr viel aus. Deswegen würde ich sagen, fange ich auch schon mit dem allerersten Schritt an und zwar ist das ein Toner, den ich mir geholt habe von der Marke Lady Green und ich finde schon allein die Verpackung ist super, super hübsch und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was da drauf steht und was dieses Produkt eigentlich bewirken soll. Belebt junge Haut und verfeinert Poren. Dieses fruchtige Blütenwasser von Lady Green versorgt die Haut mit intensiver Feuchtigkeit und schützt die Haut vor Unreinheiten. Man nimmt einfach so ein Wattepad und sprüht da einfach ein bisschen von dem Produkt drauf und geht dann mit dem Wattepad über sein Gesicht und das mache ich jetzt einfach mal. Es riecht auf jeden Fall ultra frisch, denn wie ich gelesen habe, ist da Aloe Vera drin, Pfirsich und Aprikose und deswegen riecht das Ganze wirklich so schön frisch und fruchtig und echt angenehm. Es brennt auch überhaupt nicht auf der Haut. Es fühlt sich sehr sanft an. Dann komme ich auch schon zum nächsten Produkt und zwar ist das von der Marke Joik oder Joik, glaube ich, hat das ausgesprochen. Und zwar ist das das Silky Facial Serum und da werde ich euch auch jetzt mal vorlesen, was das Produkt denn bewirken soll. Das luxuriöse, seidige und schnell einziehende Gesichtsserum mit Cranberry, Ioba, Weizenkeim und Passionsfruchtöl und Kräuterextrakten ist perfekt für trockene und oder reife Haut. Es nähert, spendet Feuchtigkeit, verjüngt und glättet feine Linien und Fältchen. Die Haut fühlt sich geschmeidig, hydratisiert und straff an. Und wenn sich das nicht schon mal super anhört, also es hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an, das Fläschchen an sich sieht einmal so aus. Ich finde, es sieht sehr hochwertig aus. Es ist auch aus Glas und ist in komplett schwarz. Die Schrift ist in weiß. Und das Ganze kommt in einer Pipettenform und man saugt quasi das Produkt ein bisschen auf und gibt sich davon ein bisschen in die Handinnenflächen und massiert das dann in die Haut ein. Und das werde ich jetzt auch mal direkt machen. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so ölig ist und es nicht so auf der Haut liegt, sondern relativ schnell einsieht. Denn ich will ja auch noch Foundation auftragen später und nicht erst mal drei Stunden warten müssen, bis das Produkt in die Haut eingezogen ist. Es riecht ein bisschen kräuterig. So ein bisschen nach Naturkosmetik, aber das ist ja nicht schlimm. Es geht ja einfach auch nur um, dass das Produkt einfach nur das macht, was es verspricht. Und es ist schon fast in die Haut eingezogen. Ich habe auch gar nicht so viel benutzt, weil ich finde, bei solchen Ölprodukten oder bei einem Serum an sich braucht man gar nicht so viel Produkt. Aber die Haut fühlt sich sehr, sehr weich an. Wirklich sehr weich. Jetzt komme ich zu zwei Gesichtscremes, die ich mir geholt habe. Und zwar einmal von dieser Marke hier. Die nennt sich Ponyhütchen. Finde ich übrigens ultra süß. Eine Bio-Tagiscreme Fresh & Fruity. Intensive Pflege mit Bio-Macadamia-Nussöl, Arganöl und Aloe Vera mit ätherischem Orangenöl für trockene Haut. Die andere Gesichtscreme, die ich mir geholt habe, ist von dieser Marke. Und zwar von Melvita. Das ist der intensiv nährende Pflegebalsam für trockene und sehr trockene Haut. Und natürlich muss ich mich jetzt zwischen den beiden Produkten entscheiden, also welche ich jetzt ausprobiere. Denn ich kann mir keine zwei Gesichtscremes ins Gesicht schmieren. Ich entscheide mich für die von Ponyhütchen, weil ich einfach das super interessant finde, vor allem mit dem Orangenöl. Und diese Pflegeserie ist übrigens vegan. Es hat schon so einen leicht frischen Geruch. Aber auf jeden Fall kriegt es sehr angenehm, finde ich. Ich merke schon, die ist schon wirklich sehr, sehr nährend für die Haut. Und ich glaube, es dauert auch ein bisschen, bis sie in meine Gesichtshaut eingezogen ist. Aber das Gefühl ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich warte jetzt erstmal ab, wie lange das dauert, bis das Produkt in die Haut eingezogen ist. Und ob es dann wirklich von der Haut absorbiert wird oder ob da noch ein Film auf der Haut bleibt. Und jetzt komme ich auch schon zur Augenpflege. Und auf die freue ich mich ganz besonders. Und zwar ist das eine Augenpflege von der Marke Melvita. Und zwar ist das eine Pflege für Augen und Lippen sogar. Glättert, strafft, erleuchtet und ist feuchtigkeitsspendend. Der Applikator sieht einmal so aus. Also hat so ein Metallapplikator. Und soll gleichzeitig deshalb auch so ein bisschen kühlend und abschwellend sein. Es ist auf jeden Fall sehr kühlend. Also ich habe es jetzt auch nicht in den Kühlschrank gelegt oder so. Sondern das hat wirklich so eine kühlende Eigenschaft. Ich werde aber das Produkt auf jeden Fall nochmal mit meinem Ringfinger in die Haut einklopfen. Es fühlt sich sehr leicht an. Also jetzt nicht irgendwie so richtig extrem dickflüssig. Sondern schon ein bisschen leichter. Es riecht relativ neutral. Es hat jetzt keinen extremen Duft oder sowas. Dann trage ich noch kurz ein Lippenpflegeprodukt auf, das ich so lange einwirken lasse, bis ich meine Lippenprodukte auftragen werde. Und zwar habe ich mir da von der Marke Melvita ein Honey Nectar Lippenbalsam mitgenommen. Es riecht auf jeden Fall schon sehr nach Honig und das mag ich persönlich sehr gerne. Und es fühlt sich nicht klebrig an auf den Lippen. Ich mag keine Lippenpflege, die es auf den Lippen klebt. Seht ihr, wie meine Lippen glänzen durch dieses Lippenbalsam? Die sehen super gesund aus und so schön irgendwie mit Feuchtigkeit versorgt. Ich sehe das nämlich hier in der Kamera. Das sieht super, super gesund aus. Auf jeden Fall komme ich jetzt zur dekorativen Kosmetik. Ich wollte eigentlich den Primer mitnehmen, aber ich habe einfach keinen Primer gefunden. Deswegen würde ich sagen, fange ich jetzt mit dem ersten Schritt an. Und zwar ist das eine Foundation, die habe ich mir von der Marke Bennecos Natural Beauty mitgenommen. Das ist die Natural Light Fruit Foundation. Es gibt davon drei Nuancen und ich habe mir jetzt die Nuance Dune mitgenommen. Und ich habe mir wieder überlegt, dass ich die Foundation auf der einen Gesichtshälfte mit meinen Fingern auftragen werde. Und auf der anderen Gesichtshälfte mit meinem geliebten Real Techniques komplexen Sponge. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal ein bisschen was auf den Handrücken aufgegeben und werde die Foundation mit meinen Fingern auf der Seite hier auftragen. Und ich hoffe, dass die Farbe einigermaßen passt. Denn ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass wenn da nur so drei Töne zur Auswahl stehen, dass da, ja, dass es da einfach schwierig ist, da die passende Nuance zu finden. Ich glaube, es ist ein bisschen zu hell, also minimal zu hell, aber lieber ein bisschen zu hell wie zu dunkel. Das kann man mit Bronzer und sowas dann immer noch ein bisschen ausgleichen. So, die Seite ist fertig. Ich glaube, man sieht ganz gut, dass sie mir minimal zu hell ist, aber nur mini-minimal. Ich finde, sie lässt sich mit den Fingern relativ schwer verblenden. Ich habe das Gefühl, ich muss da echt so richtig drüber streichen, dass es sich mit der Haut gut verbindet. Das kenne ich sonst nicht von Foundations, sonst lassen sie sich einfach, ja, relativ nett eigentlich in die Haut einarbeiten. Das Finish ist so semi-matt, ist relativ natürlich, sieht aus wie eine zweite Haut, nur ein bisschen besser. Die Deckkraft ist leicht. Also, sie ist wirklich sehr, sehr leicht. Sie deckt so Rötungen, die ich hier habe und auch so kleine Pickelmale und so verkrustete Pickel, die ich habe, nicht ab. Also, da müsste man auf jeden Fall mit Concealer drüber gehen. Vielleicht sieht es aber auch ganz anders aus, wenn ich es mit dem Schwämmchen auftrage. Und zwar bei dieses einfach mal auf der Seite hier machen. Gott, ich finde es gerade ultra schwer, diese Foundation zu verblenden. Die kann man gar nicht richtig verblenden. Die setzt sich sofort an die Haut fest. Und man muss da wirklich drüber streichen mit festem Druck, dass man die Foundation richtig verblendet bekommt. Und das ist natürlich schon ein extremer Minuspunkt, finde ich. Was mir jetzt nicht so gefällt, ist, dass die Foundation sich hier an der Nase an trockenen Stellen fest setzt. Bzw. sie unschön betont. Mir gefällt die Deckkraft einfach nicht. Für mich ist das einfach wie, ja, eine getönte Tagespflege. Ich finde, es hat sich ganz gut angeglichen vom Farbdrehen her mit dem Rest von meinem Gesicht und auch Hals und Dekolleté. Sie ist ein bisschen klebrig auf der Haut. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt nicht unbedingt meine neue Lieblingsfoundation. Dann komme ich zu einem Concealer von der Marke La Vera. Und zwar ist das der Natural Concealer. Natürliche Abdeckung von Augenschattungen und Rötungen. Und ich habe die Farbe 03 Honey und es gibt auch leider da nur zwei Farbnuancen. Hat eben so einen Schwammapplikator. Und den werde ich jetzt auch direkt mal unter meine Augen auftragen. Und das Ganze verblende ich dann wieder mit meinem Real Techniques Complexion Sponge. Und auch der Concealer lässt sich so schwer verblenden. Das ist echt hammermäßig. Da muss man schnell arbeiten. Sonst setze ich der Concealer so schnell fest. Und ich glaube auch nicht, dass es einem meinem Schwämmchen liegt. Denn sonst habe ich da wirklich auch keine Probleme, Produkte zu verblenden. Im Gegenteil, ich finde, mit Schwämmchen geht es sogar immer viel schneller wie mit Finger oder Pinsel. Ich habe jetzt nach einer gefühlt halben Stunde den Concealer endlich mal richtig verblendet. Und ich muss sagen, das war echt schon ein bisschen eine Tortur, da das Produkt einfach so schnell antrocknet, würde ich echt empfehlen, erst so hier ein Produkt aufzutragen und dann sofort zu verblenden und dann mit einem anderen Auge weiterzumachen. Denn sonst dauert es wirklich ewig, bis man den Concealer verblendet bekommt. Ich werde das Ganze jetzt setten. Und zwar habe ich von der Marke Lavera ein Fine Loose Mineral Powder mitgenommen. So, ich gebe jetzt ein bisschen was in die Kappe. Und dann sette ich zuerst meinen Concealer, damit der nicht noch mehr in meine Fältchen hier vorne rutscht. Oh, das sieht echt richtig gut aus. Das hat wie so einen leichten Weichzeichner-Effekt. Und dann werde ich natürlich auch noch den Rest von meinem Gesicht mit diesem Puder setten. Ich finde, dass Puder das Ganze doch noch ein bisschen retten können. Jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Das Puder gefällt mir echt richtig gut. Das ist nicht zu pudrig, sondern wie gesagt, hat so ein schönes, natürliches Finish. Wobei ich ja jetzt eigentlich nicht wirklich eine richtig gute Review über dieses Puder geben kann. Denn ich habe hier jetzt eine Foundation drunter, die jetzt nicht so unbedingt optimal ist. Aber ich werde das Puder auf jeden Fall noch weiterhin verwenden und auch mit anderen Foundations ausprobieren, die ich habe und die ich auch gerne verwende. Jetzt sette ich erstmal meinen Concealer auf dem Auge bzw. trage einen Eyeshadow-Primer auf. Und zwar ist das von der Marke Sante Naturkosmetik ein Lidschatten-Primer in Puderform. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, ich muss das jetzt unbedingt mitnehmen und das ausprobieren. Denn ich hatte noch nie einen Lidschatten-Primer in Puderform. Und das soll eben bewirken, dass der Lidschatten super lange hält. Und da bin ich schon mal echt gespannt, ob das denn wirklich was bringt. Nur durch so ein Puder auftragen. Also ich fand das auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Das riecht super frisch, das Puder. Das riecht echt gut. Das riecht so ein bisschen blumig. Dann komme ich zu Bronzer und Highlighter. Und zwar habe ich da von der Marke Logona Naturkosmetik dieses 2 in 1 Produkt gefunden. Das ist eigentlich ein Rouge, aber das habe ich mir gedacht, nehme ich einfach hier die Seite für Bronzer und die Seite für den Highlighter. Weil das einfach so eine wunderschöne, schimmrige Farbe ist. Und ich werde jetzt erst einmal das Produkt auftragen bzw. das als Bronzer-Ersatz verwenden. Und dann trage ich auch schon gleich den Highlighter hier auf. Und den habe ich schon im Lagen geswatcht. Und den fand ich super, super schön. Ich finde auch den Farbton, den finde ich echt super. Das ist halt, ja, so ein wirklich etwas dunkleres Champagner. Und man sieht es ja echt richtig gut, dass der schön intensiv ist. Aber wie gesagt, nicht zu glitzrig. Jetzt komme ich zu meinem Blush. Und zwar ist das einer von der Marke Santé Naturkosmetik. Das Rouge in der Nummer 03. Und das habe ich geswatcht und fand das so hübsch. Ich finde auch die Verpackung von dieser Marke ist sehr, sehr schön. Das Produkt sieht einmal so aus, hat hier auch noch einen Spiegel. Und auch der Farbton ist so, so hübsch und hat so einen leichten Glow, was mir persönlich immer super gefällt. Und es ist sehr gut pigmentiert. Ich bin froh, dass ich das vorher ein bisschen abgeklopft habe, weil ich schon die Befürchtung hatte, dass es gut pigmentiert ist. Die Farbe gefällt mir super, super gut. Es ist halt so ein dunkles Rosenholz mauve. Also das Rouge gefällt mir echt richtig gut. Es ist eine super schöne Nuance, lässt einen super frisch aussehen, ist super pigmentiert, lässt sich ganz einfach verblenden. Dann sette ich mal ganz kurz meine Base. Und zwar habe ich da jetzt keinen Setting Spray gefunden, aber ein Gesichtsspray von der Marke Melvita. Das ist das Rose Beauty Mist, soll feuchtigkeitsspendend sein, ist eben ein Rosenwasser-Gesichtsspray. Und ich werde es einfach mal auf mein Gesicht aufsprühen als Setting Spray-Ersatz. Es riecht auf jeden Fall sehr nach Rose. Es riecht ein bisschen so alt irgendwie, ja, ein bisschen nach Omi, finde ich. Aber es sprüht ultra fein. Also wie gesagt, es ist jetzt kein Setting Spray, sondern einfach nur ein Spray, was einfach so ein bisschen dieses pudrige Finish zurücknimmt und die Haut dann auch gut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich finde, durch diesen Spray sieht das Ganze ein bisschen natürlicher aus, frischer aus. Wer auf Rosenduft steht, das sollte sich das hier auf jeden Fall mal anschauen. Dann zeige ich euch mal, was ich mir im Bereich Lidschatten mitgenommen habe. Und zwar eine ganz tolle Palette, auch wieder von der Marke Santic Naturkosmetik. Das Eyeshadow-Trio in der Nuance 03 Rosewood. Und ich habe die Farben im Laden geswatcht und wusste sofort, das ist meine Palette. Und da sind drei Lidschatten drin. So sieht das Ganze einmal aus. Kommt auch noch mit so einem kleinen Applikator, wobei ich diese Teile nie benutze. Und das sind alles schimmernde Lidschatten. Und kommt auch mit einem Spiegel. Dann habe ich mir zwei Lidschatten mitgenommen. Einmal hier von der Marke Benecos Natural Beauty. Der Natural Eyeshadow Matt in der Nuance Mauve Me. Und ich habe den geswatcht und wusste da auch sofort, das ist meine Farbe. Das ist halt so ein richtig schönes Mauve-Taube und hat eine wunderschöne Prägung. Das hat mir echt gut gefallen. Dann noch ein Lidschatten von der Marke La Vera. Und zwar ist das der Beautiful Mineral Eyeshadow. Es ist auf jeden Fall so ein ganz zartes, braun, altrosa, Rosenholz-Tom. Also es ist eine gute Farbe, um eben den Lidschatten in der Lidfalt zu verblenden. Und dann noch von der Marke Earth Minerals. Es ist auch eine vegane Naturkosmetikmarke in der Farbe Mink. Und das ist eben so ein loser Lidschatten, wo man auch hier so ein bisschen in diese Kappe gibt. Und das dann eben erst aufträgt. Und ich würde sagen, ich schminke einen Look mit dieser Palette und den zwei matten Lidschatten. Ich beginne erst mal mit dem Lidschatten von der Marke La Vera und gebe mir davon ein bisschen in die Lidfalte. Einfach um die Lidfalte ein bisschen mehr zu betonen und so eine Übergangsfarbe zu schaffen. Dann nehme ich aus dieser Palette den zweiten Ton hier und gebe mir dann einmal auf das komplette bewegliche Lid auf. Und dann merke ich schon, die sind schon eher bröseliger. Jetzt nehme ich den eher etwas dunkleren Mauve Ton und trage mir den auch nochmal in die Lidfalte auf. Aber konzentriere mich eher auf das äußere V. So, und dann gehe ich nochmal in die Palette zurück und benutze den allerhellsten Ton hier. Und den gebe ich mir vorne an den inneren Augenwinkel dran. Einfach um das Auge optisch aufzuhellen. Der ist auch sehr gut pigmentiert. Richtig schön schimmernd hell. Jetzt komme ich zu Mascaras und zwar habe ich da zwei mitgenommen von der Marke La Vera. Einmal die hier, das ist die Butterfly Effect Beautiful Black Mascara. Und die hier, die ist relativ neu. Das ist die Front Row Curl Mascara Black. Und ich werde, ja, die hier auf dem Auge auftragen und die hier auf dem. Aber vorher werde ich erstmal meine Wimpern biegen mit einer Wimpernzange. Und zwar fange ich jetzt mit der hier an. Das ist die Butterfly Effect Mascara. Und das Bürstchen sieht ganz interessant aus. Das sieht einmal so aus. Ein bisschen wie diese Benefit der Real Mascara. Hat eben solche Gummiborsten. Und wie gesagt, die werde ich jetzt einfach mal auf dem Auge hier ausprobieren. Also die trennt schon mal sehr gut. Aber viel Volumen gibt die nicht wirklich ab. Sie verklumpt auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist auch sehr gut. Sie hält den Schwung von meinen Wimpern auch recht gut. Aber wie gesagt, relativ viel Volumen kommt da eigentlich nicht mehr rum. Jetzt benutze ich die Front Row Curl Mascara Black. Und da ist das Bürstchen super interessant. Das ist so ein bisschen geschwungen und gebogen und hier geschwungen und da. Und ja. Sie ist auf jeden Fall sehr angenehm, weil das Bürstchen sehr weich ist von den Borsten her. Das heißt, man verletzt auch seine Augenpartie nicht irgendwie, sondern die Borsten sind super weich. Es ist super angenehm, es aufzutragen. Macht wirklich super schöne geschwungene Wimpern. Jetzt nicht unbedingt den Volumeneffekt, den ich mir erhofft habe. Aber die Wimpern sind super schön natürlich aus. Trennt die Wimpern richtig toll. Macht einen tollen Schwung. Gefällt mir echt gut. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert, wenn ich danach noch so eine Mascara auftrage, die mir mehr Volumen verleiht. Jetzt komme ich zu Lippenprodukten. Und zwar habe ich da einige. Ich habe da insgesamt fünf Stück. Ist natürlich klar, bei Lippenprodukten drehe ich immer so ein bisschen durch. Und zwar habe ich zwei Lipglossen mir mitgenommen. Beide von der Marke Lavera. Das sind diese Glossy Lips mit Bio-Blütenbutter. Da habe ich mir zwei verschiedene Nuance mitgenommen. Einmal die Nuance. Und zwar ist das die Farbe Elf Soft Mouth. Und von der Pigmentierung her sahen die wirklich sehr vielversprechend aus. Und deswegen trage ich jetzt die Farbe einmal auf. Und so sieht jetzt die Farbe einmal aus. Ein wunderschönes Rosé. So ein wunderschöner Rosé-Ton. Die Pigmentierung ist für ein Gloss relativ gut. Es ist ein super angenehmes Gefühl auf den Lippen. Es ist fast gar nicht klebrig. Also, nee, eigentlich ist es fast nicht klebrig. Ein super schöner Glanz auf den Lippen. Die Farbe ist wirklich sehr schmeichelhaft. Es ist ein wunderschöner Ton für den Alltag. Und ich werde jetzt auch mal die zweite Farbe hiervon ausprobieren. Und zwar ist das die Farbe Hazel Nude. Und das ist jetzt einmal die Farbe hier. Ein super schöner Nude-Ton. Gefällt mir auch sehr gut. Auch hier ist das Gefühl gleich wie bei dem anderen. Ganz angenehm. Für den Gloss super pigmentiert. Fühlt sich ganz, ganz toll an. Dann habe ich mir einen Lip Liner von der Marke Lavera mitgenommen. Und zwar ist das der Soft Lip Liner. Und ich benutze den Lip Liner sehr gerne, um meine komplette Lippe damit auszufüllen. Weil es da auch im Lip Liner-Bereich super schöne Farben gibt. Und die generell immer so ein bisschen länger halten wie normale Lippenstifte. Und so sieht jetzt der Lip Liner aus. Und ich muss sagen, er hat so einen leicht peachigen Einschlag. Also er ist nicht so komplett rosig, sondern er hat noch so eine peachige Note. Super für den Frühling. Er ließ sich ganz einfach auftragen. War auch super oder ist auch super weich vom Gefühl her. Ich hoffe, dass er die Lippen nicht so ganz arg austrocknet. Das vorderste Lippenprodukt ist ein Lippenstift. Und zwar von der Marke Benekos. Benekos, ich weiß noch immer nicht genau, wie man das ausspricht. Und zwar ist das der Lippenstift in der Farbe Pink Honey. Und so sieht der Lippenstift aus. Es ist eine super schöne, frische Farbe. Ist vom Farbton her so ein bisschen wie der Lip Liner. Nur dass der Lip Liner, ich glaube, so ein Ticken dunkler ist. Deswegen glaube ich, dass die beiden eine gute Farbkombi sein könnten. Und das letzte Lippenprodukt, das ich habe, ist von der Marke Birds Bees. Und das ist einmal dieser Lippenstift in der Farbe 501 Blush Basin. Und ich finde die Verpackung so hübsch mit diesen Bienenwaben. Also ist echt super schön gemacht. Und ich finde, der geht farbtechnisch in die Richtung von dem hier, also von dem Benekos. Der ist auch so ein bisschen mehr Peach-mäßig. Also so ein Peach-Rosé. Wobei ich sagen muss, der von Birds Bees ist wirklich besser pigmentiert. Das ist eher schon so ein leichter Lippenstift mit eher so einem glossigen Effekt. Und der ist auch glossy, aber viel besser pigmentiert. Und man merkt auch das Gefühl auf den Lippen, dass der, glaube ich, ein bisschen länger halten könnte. Ich habe jetzt noch schnell meine Haare wieder ein bisschen hingerichtet und noch ein paar Orgereien gemacht. Denn jetzt komme ich zu den beiden letzten Produkten. Und zwar zu einem, wo ich mich schon mega drauf freue. Und zwar ist das eins von der Marke Melvita. Und ihr könntet schon sehen, das ist ein so tolles Produkt. Und zwar ist das das Law Bio, das Sparkling Oil Nourishing Dry Oil with a Golden Shimmer. Und das kann man eben fürs Gesicht benutzen, für den Körper und auch für die Haare. Und das wollte man vorher eben gut schütteln, dass sich das Öl mit den Schimmerpartikeln gut vermischt. Das Produkt kommt übrigens mit einem Sprühkopf. Ich würde euch aber nicht empfehlen, das Produkt einfach auf den Körper aufzusprühen. Denn sonst sprüht ihr das Zeug wahrscheinlich in der ganzen Gegend rum. Ich würde es einfach so machen, einfach ein bisschen auf die Handinnenflächen aufgeben und dann einfach auf Körpergesicht und so aufzutragen. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Oh mein Gott. Oh, mega Glow. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe zu viel Produkt benutzt. Oh mein Gott. Seht ihr das? Oh mein Gott. Ich weiß jetzt schon, im Sommer, wenn ich so richtig gebräunt bin, werde ich mir dieses Zeug tonnenweise auf meine Beine kippen. Das Öl fühlt sich super an. Oh, mega toll. Und es riecht auch recht angenehm. Und es sieht super schön gesund aus. Der Schimmer ist schön dezent. Das finde ich echt gut. Wenn man sich das so ein bisschen in die Handflächen gibt, denkt man sich so, oh Gott, ich sehe danach aus wie so eine Disco-Kugel. Aber es sieht wirklich super schön gesund aus. Das Öl ist echt angenehm. Und das letzte Produkt, das ich für euch habe, ist einmal das hier. Und das sieht auch wie so ein kleiner, süßer Lippenbalsam. Ist aber ein festes Parfum. Und das finde ich so, so gut. Das ist auch wieder von der Marke Ponyhütchen. Und da gibt es mehrere Varianten von. Ich habe jetzt die in der Variante Cherry Blossom mitgenommen. Und das riecht so, so gut. Das riecht wie so frisch gewaschene Wäsche. Wie wenn man frische Wäsche raushängt und sie dann an der Frühlingssnuffe trocknet. Es riecht so unglaublich gut nach Frühling, nach frisch, blumig. Einfach ganz, ganz toll. Und das ist eben ein festes Parfum, was man sich eben wie so ein Balsam auf jetzt hier den Handrücken aufgibt. Hier jetzt an den Hals und so. Eben wo man normales Parfum sich auch hinsprühen würde. Und das hält echt extrem lange, muss ich wirklich sagen. Also das hält länger wie manche Parfums, die ich sonst schon benutzt habe. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass durch dieses Balsam es einfach tiefer in die Haut eindringt. Und sich da die Duftstoffe einfach besser festsetzen. Und dadurch das Ganze einfach länger hält. Aber das ist einfach auch super praktisch, da so ein kleines Döschen mitzunehmen. Und das einfach hin und wieder mal aufzutragen. Und dann kann man das auch gezielt auf die Stellen auftragen, wenn man wirklich Parfum hinhaben möchte. Und dann sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass euch dieser Live-Test gefallen hat. Mir hat es wirklich mega viel Spaß gemacht, wieder neue Produkte auszuprobieren. Und euch meine ersten Eindrücke mitzuteilen. Jetzt habe ich noch zwei coole Sachen für euch. Denn einmal habe ich einen Rabattcode für euch, den ich euch jetzt hier einblenden werde. Das ist der Rabattcode Elephant. Den könnt ihr bei Talea einlösen. Ich werde euch auch die Internetseite von Talea unten in die Infobox packen. Ja, dieser Rabattcode ist 30 Tage lang gültig. Also ab jetzt bis die nächsten 30 Tage ist der gültig. Könnt ihr einlösen. Da bekommt ihr 10% auf euren Einkauf ab einem Einkaufswert von 30 Euro. Dann möchte ich noch auf ein Gewinnspiel aufmerksam machen. Zusammen mit dem Gerber. Und zwar, wenn ihr dieses Video hier anschaut, läuft auf meinem Instagram-Profil ein Gewinnspiel, wo ihr einen 70 Euro Gutschein für das Gerber gewinnen könnt. Ich werde euch den direkten Link zu meinem Instagram-Profil auch unten in die Infobox packen. Ich werde alle Teilnahmebedingungen auch unter den Posts schreiben. Dann könnt ihr schauen, was müsst ihr machen, um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Ist vielleicht auch bestimmt interessant für die Stuttgarter unter euch oder die, die aus dem Großraum Stuttgart kommen. Und wie gesagt, klickt einfach rein, macht bei dem Gewinnspiel mit. Ist ganz easy und einen 70 Euro Gutschein kann man eigentlich immer gebrauchen. Und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es wieder informativ war, dass es euch in irgendeiner Weise weitergeholfen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao! 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 Ciao!